Hallöchen! Meine lieben Freunde, ihr lacht und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Wormer 40.000 Vogue Trader. Wir sind mitten im Kampf. Äh, aber ich muss da die Folge unterbrechen, oder den Kampf unterbrechen. So, also die Folge beenden, die letzte, weil es geht einfach nicht anders. Äh, ne 1 Stunden Folge oder länger, das funktioniert nicht. Die Todes der Wege! Da war noch Platz zum Durchlaufen. Ich bin weg. Da ist einer verbrannt. Er hat nur einen verstärkt, genau. Ich bin dran. Ähm. Äh, 1. Ja, der ist tot. Sprich mit das auf den. Und... Und ich bin... Warte mal, wenn ich... Nach da gehe. Ja. Ne, das ist einfach mit Ziele. Du kannst nämlich hier reinschießen und da reinschießen. Nur deswegen. Ich meine, unsere zwei Türen stehen. Ja, blockieren hier gerade ordentlich. Wie man sieht. Pascal stirbt uns gleich noch weg. Ähm... Der brennt. Wer ist denn jetzt dran? Abelard. Abelard sagt natürlich die Tafoni. Wieder einer weniger. Abelard kann nicht anstürmen, ne? Weil der würde ja quasi einmal im Kreislaut. Ja, toll. Nass du? Dich toll bewegt Abelard. Das ist wunderschön. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Pascal wird uns jetzt wegsterben. Da kann ich leider nichts dran ändern. Eins, was ich machen kann, ist Pascal... ...noch ein... ...gnädiges Ende geben. ...den man einfach noch so viele mitnimmt, wie es nur irgendwie geht. Ähm... Kann ihm noch gut zureden. Aber ich habe nichts zum Heilen dabei. Weder für ihn noch... Also, ich kann ihn nicht heilen. Ich... ...verrate dich nicht. Oder hintergehe dich nicht. Hat leider nicht getötet. Ähm... Ja... Jetzt ist nur die große Frage. Was mache ich gegen den Topf? ...Hendrix... ...Hendrix, Hendrix, Hendrix... ...kraftvoller Heap. Ja, das ist egal. Oder warte mal. Hast du nicht hier auch irgendwas? Ja... ...kriegst du noch einen mit? Ja... ...ja... 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 Moment, das war der Falsche. Verdammt. Wollte doch den hauen. Rät auch nichts. Wir wechseln mal wieder. So, Agenta. Sprichst einmal. ...den da. Klappt nicht. Gut, dann machen wir das. So, einmal nachladen. Ach, den können wir keinen Schaden zufügen, weil wir den Gegnern den Schaden zufügen müssen. Also den Viechern. Ah, ganz vergessen. Ja, Pascal, das tut mir leid. Das tut mir leid, Pascal. Computer, Wohnzimmer aus. Ich bin ja froh, dass ich den Befehl geändert habe. Früher war nämlich der Befehl Wohnzimmer aus, für das ganze Wohnzimmer, inklusive der Steckdose, wo mein Rechner dran hängt. 18. Der hat wieder neue belebt. ... ... ... Agenta, sie steht ja jetzt da. Oder kann sie nicht mehr schießen. Das finde ich halt herrlich dämlich. Aber sie trifft auf jeden Fall mehr Leute. So. Dann ist sie auch durch. Das Problem ist. Jetzt sind es wieder 18 Leute. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wie wir ihm Schaden zufügen können. Unbesiegbarkeit. Und so ist immun gegen jeglichen Schaden. Und die meisten gewöhnlichen Effekte. Der Tod von Kreaturen in ihrer Kontrolle verursacht. Ihr indirekten Schaden. Verankert. Kann sich nicht bewegen oder feindliche Angriffe ausweichen. Ja okay. Das ist toll. Das heißt ich muss jetzt irgendwie nur 144 Schaden verursachen. An Gegnern. Hat nicht viel Schaden verursacht. Hat nicht viel Schaden verursacht. Das ist aber kacke. Kann nirgends wo reinrennen. Ist halt richtig scheiße finde ich. Also so ein Gegner ist richtig kacke. Einer der ständig neue Leute belebt. Aber unbesiegbar ist. So. Die ist dran. Ach dann kann ich das nicht mehr einsetzen. Weil ich das schon eingesetzt habe. Vielleicht muss noch eine. Kann ich nur noch eins machen. Und eins ist irgendeine Attacke. Verkappte scheiße. Ah ist auch scheiße. Das war doch der ne. So. 128. 28. Ah. Ich erkenne halt gar nichts. Ne. Warte. Ich muss Gegner töten. Das ist aber nur ne Reihe. Ist also scheißegal. Ich kann also auch den nehmen. Dem. 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 Agenta. Meine herzallerliebste Agenta. Ich brauche ganz dringend deine Hilfe. Weil du bist die einzige. Die hier effektiv Schaden. Gegen den Pott macht. Agenta. Ich habe dich gerade gelobt. Gucken wir mal. 125. Einer ist tot. Immer noch 125. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso. Oder muss ich die töten. Die sie hervorgerufen hat. Und wie kann ich das beschleunigen. Ich habe auch Angst davor. Wenn die olle Bubbel jetzt neue Leute rausholt. Dass das wieder. Über 20 wieder wären. Das ist so der Grund. Warum ich diese abgestürzten Dinge einfach keinen Bock drauf habe. Auf Schiffe. Auf Wracks. Weil das einfach ein unmögliches Ding ist. In meinen Augen. Das ist in meinen Augen einfach ein unmögliches Ding. So. Jetzt habe ich zwei kaputt gemacht. Wie viele Punkte hat sie jetzt noch? 119. Wow. Ich habe sechs Punkte rausgenommen aus dem Spiel. Wie war es jetzt? 116. Drei Punkte. Und er steht da wie eine Wand. Eins was ich jetzt machen kann. Ich kann da hinlaufen. in der nächsten Runde ihn heilen. Hoffen, dass er bis dahin überlebt. Über diese Farbfehler. Und dann kriege ich den nicht mal. In sein Ultimo rein. Warum mag der einen Beschoss? Ja. Dem einzigen, in dem ich aber sagen kann, was er machen kann. Ist sie. So. Genau. Zeil zu ihm. Es brachte exakt nichts. Dann gehst du nach da. Die Hoffnung, nicht getroffen zu werden. Danke. So. Dann den da. Äh. Eins. Warte. Ja. Das war's. So. Wow. So. Warte. Kann ich auch wieder nur auf sie sprechen, ne? Die hat wahrscheinlich schon alles abgearbeitet, was sie kann. Ja. Ne, das kann sie nochmal machen. Aber dann kann sie nicht mehr schießen. Ich f... Geht mir das auf den Piss. So. Er ist gleich tot. Hendrix, ja. Keine Ahnung, was Hendrix da die ganze Zeit macht. So. Löse ausnutzen. Fertig. Agenta. Agenta liegt erstmal kurz nach. Hat immer noch 13 Gegner. Der Pot. Hat immer noch 116 Lebenspunkte. Ah, da soll ich mal kurz gucken. Eins. Hier steht keiner mehr, ne? Das heißt, von denen kriege ich keinen rein. Ich kriege nur den rein, den rein, den rein. Den. Oder den. Nehmen wir den. 110. Einen Moment. So. Da bin ich wieder. Entschuldigung, Post hat geklingelt. Ein Päckchen ist angekommen für mich. Witzigerweise, das ist aus England und irgendwie muss ich da keinen Zoll bezahlen. Ich dachte, seit England aus der EU raus ist, muss man da auch einen für Umsatzsteuer zahlen. Also bin ich jetzt wohl ausgegangen. Bin ich zumindest von ausgegangen, dass man das müsse. Ja. 21, ne? Von 16 auf 21 hoch. Und er hat wieder mehr Lebenspunkt. Ey. Jetzt geh mir doch nicht auf den Sack. Ich will das nicht sehen. Oh. Man muss sich den ganzen Scheiß ständig angucken, ne? Ne. Okay. Das ist zumindest. Zumindest ist es geblieben. Aber. Dafür ist sie fast tot. Dann machen wir das noch mal. Dann geht sie jetzt nach da. In der Hoffnung, von irgendetwas zu profitieren, was es noch gibt. Ja, ja, ja. 104. Okay. So, wer ist denn dran? Abelah. Mal ganz kurz was gucken. Ja, ich hab nur. Ich prügel da rauf und gefühlt, die heilen die sich ständig hoch. Keine Ahnung. Gefühlt heilen die sich ständig hoch. So, mein Problem ist... Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Weil der Top peilt die ständig hoch. Ich krieg hier nichts getötet. Ich hab mich doch immer nicht getötet. Aber ich muss da stehen bleiben. Agenta. Meine herzallerliebste Agenta... So. Es geht halt darum, dass Agenta die einzige ist, die hier irgendwie massiv Schaden austeilt. Wenn sie denn trifft. Die irgendwie immer dafür sorgt, dass zumindest ein bisschen was von dem hier abgebaut wird. Ich bin auf 95 runter. Aber ich hab immer noch 18 Gegner vor mir, 17 Gegner vor mir. Der Topf zählt jetzt mal nicht als... So wichtig. Und jetzt dauert es wieder 5 Stunden. So. In der Zeit... Öffne ich einfach mein Päckchen. Könnt ihr da oben eh nichts mitmachen. Da hat es aber einer gut gemeint mit dem Klebestreifen. Hier fahren wir 18. Mal gucken, was der olle Topf wieder macht. Ob er einen aufwertet oder ob er neue holt. Naja. Lass das Chaos dich mal führen. Rascheln, 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 rascheln... Tadaa! Wisst ihr, was ich in den Händen halte? Unser Raumschiff. ich halte hier das Schiff unseres ja fast er hat andere er hat natürlich den Aufbau oben nicht drauf also diese Statue ähm und andere Breitseitenbatterien weil da gibt es verschiedene oder gab es damals verschiedenste Versionen aber ansonsten selbe Schiffsklasse ja und die Breitseitenbatterien die anderen, die kriegen wir auch irgendwann bei unseren drauf wunderschön drei Stück also quasi eine Staffel ah wechseln wir mal in den Nahkampf na warte ja du machst ne ich renne nicht weg wenn ich weg renne ist wieder doof keine Atmen habe ich auch keine versuch irgendwie Deckung zu nutzen da unten ist wieder Party angesagt leider nicht du bist der einzige der noch da ist der irgendwie mal versuchen kann hier Schaden auszuteilen so und ich sehe es schon kommen wir haben den Kampf noch nicht beendet bis Junior von der Schule zurück ist ähm Direktschaden aus dieser Schaden wird gegen Xenus ja es bringt nur nix äh so ja ansonsten mehr kann er auch nicht machen er kann grad nicht in den Nahkampf stürmen und da fährt er keine im Nahkampfreichweite gut meine liebe Agenda du bist es wieder erstmal nachladen 98 äh 89 86 die Seuche breitet sich aus ähm warte mal geh mal da drauf ja und ich fürchte das war's da ist jetzt nicht mehr viel rauszuholen das ist jetzt ein Deadloop jetzt müssen wir wieder 50 Jahre warten bis wir dran sind ich kann das nicht wegklicken dann gucken wir mal was passiert wenn der Pott dran ist hmm Ja, der heilt wieder. Einmal hoch. So, aber ich werde die Folge hier an der Stelle unterbrechen. Und mal gucken, wie ich danach weitermache. Ich bin mir nicht selber unsicher, ob ich einfach das Spiel neu lade. Weil, ähm, die Kämpfe bringen gar nichts. Das, das, wir können jetzt hier noch eine Stunde weitermachen. Aber vergiss es. Wird nix. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Was wir denn da machen, werdet ihr dann sehen. Also bis dann. Tschüüüü.